er hat es bleibt auch stark und bekloppt so hat war halt so was war vorkaarst bei aber auch sind vorjahr oder das für mich da ist das war es aber letzten paar zu erwähnen er ist schweizerei hier ist drei jahre mit was so und wir X-Boxer und ja kann er ja natürlich nicht mitzocken und ja den Kenner hättest du sehen müssen Alex wie war der ich bin jetzt aus dem Fenster gejumpt hab ich nur so angehitzt ist mein Magazin weggegangen hab ich nur vorweg gemessert also ich die Weckerfüste wow ich werde angehoben wow auch ich habe gerade die Dörser-Degel den mich immer am Anfang weil die Idee wie stark sie ist und ja also die hat echt 3 guck dir mal zu wenn man treffen würde also dieser Spasti hat mich gekillt Lone Bird kommen wir dem mal zu also diesmal sind wir in der Anti-Terror-Einheit nicht mehr Terroristen diesmal sind wir die lieben Zweikampf vom Feinsten hier ja guckt euch den Zweikampf mal an alter 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 spannend das sind das sind das ist ja geht doch ja ich hab die meisten gekillt WTF ich hab zwei gekillt ich hab nicht mal einen doch ich hab nein doch da war der Gurtstag Prozent eigentlich wollte ich eine Sniper nehmen ich hab jetzt die auch weiter die August 19 ja ja hab schon gesagt ja ja dann nämlich die P90s mal und dann nächste Runde Sniper wenn ich genug Knete habe ich hab grad nur 850 Dollar Wollt ihr echt eine Sniper nehmen? ja ich will mein Skill beweisen ja ich bin schon tot Jochen Was meinst du holl um weil so wann die Partie von dem guckt kommen vielleicht sogar regelmäßig ja oder regelmäßig ja stimmt vielleicht an den Tagen wo sonst nie was kommt ist ja nun spontanes Let's Play das kann ja kommen oh ho ho diesmal hoffentlich ein bisschen spannender und ein bisschen länger wenn es geht so jetzt wollte ich schon das Sniper nehmen und ich werde nicht sofort sterben so ich nehme jetzt die hier keine Ahnung wie die ist also Sniper bin ich natürlich ich bin der Snipergott also ob sich ein Teamkameraden abgebaut war ja klar Max der Baba 7 was das für Name alter ah fuck ich bin tot lebst du noch? nein nein ne leider nicht mich hat Max der Baba gekillt Junge ja am besten ich nehme keine Sniper mehr Prozent und dann geht es mit dem Ausgaben für ein Fünftes Kassel Kleiner auf Stuttgart Prozent ob ich nicht so geht es überhaupt das war richtig kommen jetzt sind meine Lieblingswaffe es ist Echt nass vielleicht noch eine Runde COD? Jo Ghost falls ihr das noch nicht wusste das ist äh äh also dieses Wochenende gibt es das Onslog DLC kostenlos für eine Woche zum Testen also echt nett von Activision ja Activision egal halt von von denen halt ja NIGA YOLO hätten die auch machen müssen weil das Spiel einfach so scheiße ist also kostet die Ghosts kostet die Geister ja Nächste Neunerleitung ja haben wir auch schon ein bisschen gezockt äh ja Fail Nächste Karte Italy stand da Nächste Karte ja Karte das einfach ich karte das kurz Jo weiter gehts diesmal auf Italy und es geht unnötig wieder weiter weil irgend so ein Spacken ne neue Karte ist es geht von vorne los ja es geht von vorne los was ja eigentlich nicht geplant war aber ja da geht das Video halt ein bisschen länger vielleicht freut euch das ja ey beballert mich da ab von denen ach der kennt voll keine Manieren hier schlägt wie stehende Schlampe oh oh die Verbindung zum Mike ist weg das ist natürlich schlecht ja ein kleinen Cut weitergewürzt äh ich nehme dich die habe ich noch nie genommen MagSeed ok sieht scheiße aus okay noch jemanden Sniper oh nein, nein, nein Sniper Ja. So, wo ist der Mann? Ach, du bist auch tot? Ah, nee, da. Ne, ich bin nicht tot. Ich kann die Farm aus. Was ist dagegen? Nö. Komm, den Gunn holt's jetzt mal. Wow, Gunn dir. Oh, Junge! So'n scheiß Camper. So'n dreckiger Hut, den hab ich überhaupt nicht gesehen. Boah, wir sind schon bei sieben Minuten? Hm? Lol. Oh, Mensch. Das geht aber schnell. Oh, ne. Komm, das Video soll nicht so lang gehen. Alex. Na, egal. Egal. Yolo. Oh, fick dich. MP9. Die Farm aus. Yeah. Ist der Dreischuss eigentlich, oder? Nee. Okay. Gegen manchen Spielen ist sie halt Dreischuss. Hätte ja sein können, dass sie hier auch ist. Zum Glück nicht. Junge, ich hab noch zwei EP, ne? Oh, ich hundert. Ich blöb jetzt hier einfach so stehen, oder ich bin so ein Camper. Okay, nein, das... Okay, das ist einfach von mir. Ja, aber ruhig dich, ich weiß, dass die Kamera aufgebottert hat. Ja, wo ist denn der? Ach, da. Der, 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 der. Du, 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 du. Du, 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 du. Nein, nein, nicht mit Nachladen. Na toll, tot. So, wo ist denn der Micah? Junge, ich hab noch zwei EP, Junge, und... ...und... ...mach die irgendwie alle fertig, Junge. Boah, guck dich den Skill an! Boah! Oh, scheiß auf die Geiseln! Wen interessiert die Geiseln? Der letzte Kill ist wichtig, Junge! Ja, Mann! Ich will wissen, wo der ist. Das ist ein Botter, schaffst du, oder? Nein, eben nicht, ich hab nur zwei HP! Ja... Er hat aber auch nur noch weniger als die Hälfte. Haben die Augen und tun voll weh, ey! Hopp, 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 hopp! Mach schon, ich will die nächste Tür machen. So! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Gewehre! Welche nehme ich? Skat 20? Ach komm, ich bin so... ...so einer wie... ne... ...ich bin so Nachmacher. Ich mache Mike nach und nehme mir jetzt auch die Farmers. Ja, geil, ich wurde sofort weggefickt! Oh, ich auch! Von den Bots! Ja! Komm, Bot-Eater! Oh, Mann! Scheiße! Das war auch nötig! Max der Baba! Boah! Ich gucke mir mal kurz eine Spielerkarte an! Okay! Wen gibt es hier noch? Bot-Aurin! Ne-O-Arcon! Remi! Noch ein Bot! Ja, ja, ich hab' keinen Bock mehr! Ich hab' keinen Bock mehr! Ich muss richtig dringend pissen! Ach, er stimmt! Ach, ja! Da geht's nicht! Zehn Minuten! Oh, Mann! Ach, Mensch, Alex! Deine nicht, wenn der rücker ist! Okay, der darf halt nur nicht länger als 30 Minuten gehen! Ich darf nicht mehr länger als 30 Minuten aufnehmen! Ja, der ist richtig gut! Ja, das schaffen wir schon! Das schaffen wir schon! Genau! Das passt! Immer, immer, immer! 31 Prozent! Das passt auch schon! Paar Schaden! Na los, Gib ihn! Ja, der Remi hat da drauf, ey! Der ist voll geil, Alter! Gucken wir mal von unten! Du kleiner Pedro! Weißt du nur das lustige Bild heute in der Schule? Nee! Du hast echt ein Kurzzeitgedächtnis, Junge! Ich wusste! Nee! Gewonnen! Geil! Als... Als ein gewisser jemand einfach nur Pedro eingegeben hat bei Google Bilder und da so'n dickes Kind war! Oh! Der Russe! Nichtig! Welche Waffe nehme ich? Welche? Die M4A4! Nein, also Trollers! Nein! Und er nicht! Du bist... das ist der Max der Baba ja ich hätte den Schlampe Doppel Doppelkühl Doppelkühl Nein mein Name mein Name schrecklich wo ist denn der ah fuck Scheiße wo ist der oh der kämpft ja gekillt Mann fickt dich wie vor den letzten Schuss noch wo gegeben welche Waffe nehmen wir jetzt na warte geblieben Warte ich nehme die Negi Nimm die Negi Nimm die Negi Nimm die Negi ja die nehme ich zum Schluss ok jetzt ist die die du auch hattest ja das ist richtig geil die ist cool die ist super geil super super geil super geil ja komm den hab ich warte chris warte chris Doppelkühl wow respect respect wo wo alter spekt ich hab 3 ich hab eben 3 oder 4 getroffen das sind 7 zu 3 oh entscheidungsmodell ja dann nehme ich jetzt mal die Negi die ist die ist geil ok damit kannst du richtig sprayen ja geil meine ganz moni loa mein aim mein aim ist so schlecht nicht das stimmt allerdings aber nur in dem Spiel das stimmt auch nicht weil man ja leider nicht ziehen kann schade eigentlich aber es ist trotzdem cooler Spiel es blieben nur noch 2 Runde ich hab schon 3 gekillt glaube ich oh ne hier ist jemand mit der Headset den muss ich gleich stummen ich hab noch mal wir zeigen gleich Ghosts das ist Junko ok komm ich will den letzten kill machen so wo ist denn er ah da ich sehen ich sehen ich sehe ihn NIE NICHT tu es nicht tu es nicht NAN NINE Alex, nein, tu es nicht. Tu es nicht, tu es nicht, ich habe einen Schleim. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Ja. Das ist total. Das war's. Wir haben gewonnen. Ich habe ein 8 zu 4. Mike hat ein 8 zu 3. Scheiße. Ja. Ja. Warum bist du vor mir? Ich habe die meisten Punkte. Alles kann. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part. Tschüss. Und haut raus. Eure Schleim.